In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du die Mathe-Arena-App auf deinem iPad nutzen kannst. Wenn du die App das erste Mal startest, bekommst du einige Infoseiten angezeigt. Hast du dich hier dann durchgeklickt, kommst du zum Anmeldebindschirm. Hier kannst du nun auswählen, mit welcher der Möglichkeiten du dich in der App anmelden möchtest. Es ist auch möglich, dass du die App ohne Anmeldung nutzt. Hier ist es allerdings so, dass du nach einem Logout oder wenn du die App auf einem anderen Gerät nutzen möchtest, alle deine Daten verloren gehen. Ich würde dir daher empfehlen, dass du dich in der App anmeldest. Da du für die Schule bereits ein Microsoft-Konto besitzt, würde ich dir empfehlen, dass du dich hier mit Microsoft einloggst. Ich tippe also auf mit Microsoft einloggen und melde mich nun mit meinem Konto an. Du wirst nun noch gebeten, die angeforderten Berechtigungen für die App zu erteilen. Du klickst auf Akzeptieren und schon bist du in der App angemeldet. Du hast nun die Möglichkeit, die App in der Gratisversion zu testen. Gibst du in der App allerdings den Digi4School Code von deinem Schulbuch ein und erhalten somit die Vollversion dieser App. Dazu klickst du rechts oben auf deinen Avatar und danach rechts oben wieder auf die Einstellungen. Hier klickst du auf QR-Code-Scan und es öffnet sich nun ein Fenster, wo du einen QR-Code scannen könntest. Am unteren Rand findest du ein Eingabefeld für den Lizenz-Token. Ich gebe hier nun den Code von meinem Schulbuch ein. Nach der Eingabe bestätige ich mit OK. Hast du den Code korrekt eingegeben, kannst du nun die Lizenz aktivieren. Heute ist der 13. März 2024 und du siehst, wenn ich die Lizenz aktiviere, ist sie bis 13. März 2025 gültig. Das bedeutet, dein Digi4School Code stellt dir eine Lizenz immer für ein Jahr zur Verfügung. Ist die Lizenz im nächsten Jahr dann abgelaufen, empfehle ich dir, den Code von deinem neuen Schulbuch einzugeben und somit die Lizenz zu erneuern. Ich klicke nun auf Aktivieren und ab sofort kann ich die Premium-Inhalte der App nutzen. Ich bestätige mit OK und gelange wieder zurück zu den Einstellungen. Wenn ich in den Einstellungen nun auf Premium-Mitgliedschaft klicke, siehst du hier, dass die Lizenz bis 13. März 2025 gültig ist. Ohne die Möglichkeit mit dem Digi4School Code würde eine Lizenz für die Mathe-Arena jährlich 24,99 Euro kosten. Ich klicke nun links oben wieder zurück, lande wieder in den Einstellungen und hier kannst du noch einige Dinge umstellen, beispielsweise die Sprache, ob du Soundeffekte aktivieren möchtest oder die Schriftgröße. Diese Einstellungen zeige ich dir allerdings in diesem Video nicht im Detail. Mit einem Klick auf den Pfeil gelange ich nun wieder zu meinem Profil und noch einmal links oben auf den Zurück-Pfeil und ich bin nun in der Gesamtübersicht. Hier siehst du nun, zu welchen Themen die Mathe-Arena Übungsbeispiele für dich bereithält. Ich möchte mir nun den Bereich Ebene Figuren ansehen und ich sehe, hier gibt es 194 Übungsaufgaben. Es ist noch keine perfektioniert und noch keine geübt worden. Ich klicke auf Quiz starten und ich kann nun loslegen. Welche Größe hat beispielsweise der fehlende Winkel, der Winkel hat 59,51 Grad, ich klicke auf Prüfen und weiter. Solltest du dir bei einer Aufgabe Nebenrechnungen machen müssen, kannst du das rechts oben mit dem Stiftsymbol erledigen. Hier kannst du nun direkt auf die Oberfläche schreiben und dir so Notizen machen. Mit einem Klick links oben auf dem Pfeil gelangst du wieder zur Frage zurück, die Notizen werden gelöscht und du kannst die korrekte Antwort wählen. Ich mache dieses Quiz nun einmal zu Ende. Am Ende der 10 Fragen bekommst du nun diese Übersicht. Ich habe 8 Fragen richtig beantwortet, das bedeutet 8 Fragen gelten nun als geübt. Mit einem Klick links oben auf Zurück gelangst du nun wieder in die Übersicht. Wie dir aufgefallen ist, ist diese Übersicht themengeordnet, allerdings nicht nach Schulstufen geordnet. Das bedeutet, würde ich hier nun den Bereich Brüche auswählen, bekomme ich Inhalte aus verschiedenen Schulstufen. Das ist nicht immer sinnvoll und du willst vielleicht genau diese Dinge üben, die für dein Schulbuch und für deine Schulstufe interessant sind. Deshalb kannst du hier am unteren Rand im Menü auf Schulbuch klicken und du siehst nun dein Schulbuch und kannst hier nun genau auswählen, aus welchem Themenbereich du gerne Übungen machen möchtest. Ich wähle hier nun Eigenschaften und Umfang aus und sehe, es gibt 21 Aufgaben dazu. Mit einem Klick auf Quiz starten startet nun das Quiz und dieses Quiz ist nun angepasst an die Inhalte aus deinem Schulbuch. Zusätzlich gibt es am unteren Rand noch den Bereich Minigames, in dem du kleine Spiele spielen kannst oder ganz rechts den Bereich Trophäen. In diesem Bereich siehst du die Trophäen, die du beim Üben gesammelt hast. Das war nun eine Kurzeinführung in die MatheArena App auf deinem iPad und ich wünsche dir nun viel Spaß beim Mathematik üben mit dieser App.